Hallo zusammen, heute zeige ich euch eine echt tolle Erfindung bei Audi, die Nachtsichtkamera. Einfach anschalten und schon seht ihr das, was draußen im Dunkeln verborgen ist, hier schön in der Anzeige. Und gleich seht ihr es dann noch unterwegs bei der Fahrt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020